Eine 4-Zimmer-Hochpartei-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich im Frechen. Das Objekt wurde 1976 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Hochpartei-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 82 m². Die Gesamtmiete dieser Hochpartei-Wohnung beläuft sich auf 692 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017